Ich bin der Niki Ovzerik und angeblich Schauspieler. Ich begrüße die Corona-Maßnahmen, auch wenn Corona vorbei ist. Ich habe mich so an die Maßnahmen gewöhnt. Ich will sie behalten. Man könnte ja Corona durch was anderes ersetzen. Man könnte neue Maßnahmen dazunehmen. Dann würde niemand merken, dass es die Corona-Maßnahmen gibt. Man könnte sie auch nach Monaten benennen. Die Mai-Maßnahmen und die Oktober-Maßnahmen, vielleicht auch einmal Lockerungen, aber nicht zu viel. Die Juni-Lockerungen waren nicht so gut. Aber ich freue mich auf die Oktober-Maßnahmen. Bleiben Sie gesund und machen Sie Maßnahmen. Möge Entspannende